Arbeit für einen Liederabend im Salzburger Mozarteum. Gedders Begleiter ist Professor Verba aus Wien. Selbst fanatische Freunde der klassischen Musik sind nicht immer Freunde des klassischen Liedes. Die Liebhaber dieser Kunstform aber wissen, dass Nicolai Gedder nicht nur die meist viel gefälligeren Lieder italienischer Komponisten interpretieren kann, sondern dass er auch die oft spröden Melodien unserer Klassiker, interessant oder neu, auf seine Art gestaltet. Intensive Probenarbeit ist Voraussetzung für den Erfolg. Besonders bei einem Liederabend, den der Sänger allein für sich, nur mithilfe seines Begleiters quasi durchstehen muss. Wir hören heimliche Aufforderung von Richard Strauss. Beim Freuden war dein Herz gesund. Und wenn du sie hebst, so winken wir heimlich zu. Dann lächle ich und dann trinke ich still wie du und still gleich wir. Betrachte uns das Herdentrunkenschwätzer. Verachte sie dich zu sehr. Nein, hebe die blinkende Schale, gefüll mit Wein und lass bei Werben male sie glücklich sein. Doch hast du das Mal genossen, denn Durst gestillt, dann verlasse der lauten Genossen festfreudiges Bild. Und wandle hinaus in den Garten zum Rosenstrauch. Und will ich dich da erwarten nach altem Rauch und will an die Brust dir sinken. Ehe du's gehofft und deine Küsse trinken wie niemals oft. Und flächtern in deine Haare der Rosenpracht. Und kann du wunderbaren, herzeten Nacht. Und kann du wunderbaren, herzeten Nacht. Oder, Nikolai, soll ich so machen wie der Richard Strauss früher? Wenn ein Sänger ihm prächtig gefallen hat, machen wir das letzte Stück hier noch. Und kann du wunderbaren, herzeten Nacht. Und kann du wunderbaren, dass dich dann ganzatted, herzeten Nacht. Ich kann nicht überliiten, sicher ja nicht überliiten. Und kann du reagieren, wenn daschs drugiej ist. Wir tun, ich誰. Schlimmuck. Dam prove die� Monte beden. Bis zum nächsten Mal. Wisstrasch Esper. Aber du schwieriger honorary.